Das ist der Frecadilly. Das ist der Frecadilly. Wir können von hier aus nicht sehen, was Sie machen. Was denkst du? Holen Sie sich frühzeitig Regenreifen? Das wäre zu früh. So elendig. Achtung, Dreher vom Oktane-Ferrari. Der Rove-BMW muss durchs Kiesbett. Hoffentlich wird da keiner getroffen. Wir erinnern uns an den letztjährigen Auftakt. Der hat es ja genau da geknallt. Ist aber zum Glück alles gut gegangen. Außer für den Oktane-126-Ferrari. Der steht neben der Strecke. Und ich hoffe mal nicht, dass der sich da eingegraben hat. Schwer zu erkennen aus dieser Kameraperspektive. Aber ja, der hat sich eingegraben. Vorbei. Nach den ersten paar Kilometern. Da wird nichts mehr gehen. Mann, ist das schade für die Schweizer. Scharrt mit den Hufen. Beziehungsweise mit der Hinterachse. Du siehst es.